Dann schauen wir noch auf die Frontlage in der Region Charkiv. Die Ukraine meldet da Erfolge. Wie wird denn das Kampfgeschehen in Russland bewertet? Die Ukrainer machen Druck im Norden. Oben bei Charkiv wollen die Russen da raus haben. Gerade jetzt im Vorfeld des G7-Gipfels in Italien, dann der Friedenskonferenz in der Schweiz. Ich habe das schon öfter gesagt, die Ukrainer wollen Erfolge bieten, wollen im Westen zeigen, dass sie was können. Sie machen Druck, haben lokale Erfolge im Bereich Charkiv, aber es fehlen noch die substanziellen Durchbrüche. Vielen Dank, Christoph Wanner nach Moskau. Vielen Dank.